Musik Ich begrüsse euch alle Zellen, die den Weg hierauf gefunden haben. So zahler ich den diesjährigen Geburtstag der Schweiz. Musik Wie haben Sie von diesen vier erfahren? Wir haben das Plakat am Bahnhof gesehen und haben uns einfach spontan entschieden, um zu kommen. In Zürich Oberländer. In der Zeitung, aufs Inserat. Ja, es war Inserat, oder? Und als Mitglied vom Quartierverein weiss man natürlich, wo die Feier ist. Das ist all Jahr und darum weiss man das einfach. Das ist Quartierverein. Gibt es da aber spezielle Vorschriften, um ein erstes August für die Öffnungsentfeier? Also, ich bin nicht sicher, ob man das braucht, aber bis jetzt konnte ich uns anzünden, ohne dass jemand gesagt hätte, ich darf nicht. Hättest du dir schon mal gefährliche Situationen gegeben, beim Empfachen von einem 1. August für? Also mir ist jetzt einmal, auch mal da bei uns im Verein ist mir nichts bekannt. Und sonst, ich könnte jetzt nicht sagen, ob es noch etwas passiert ist. Musik 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 Musik